Nebst dem Politisieren kann er auch jassen. Das hat der Glarner Nationalrat Martin Landold bewiesen. Im SVP-dominierten Umfeld hat er sich beim Jassturnier von der Eidgenössischen Röde durchgesetzt und das Turnier gewonnen. Es ist Klawettepolitik, man braucht die richtigen Partner. Ein bisschen Glück in der Karte, wobei man nicht sagen darf, Jassen sei ein Glücksspiel. Aber ich denke, das richtige Tag, das richtige Momentum und die richtigen Partner. Und dann eine gute Chance auf Erfolg. Fast ein wenig bei der BDP? Genau, wie bei der BDP grundsätzlich.